Hallo und willkommen zur Wehrwolfsjagd. Wir machen das Quest jetzt nochmal. Kennen wir alles schon. Fyrus ist nicht so begeistert, dass halt die Ziege da als Kühler benutzt wird. So. Ich habe es eben auch schon mal gespielt, bis ich dann an eine Stelle gekommen bin, wo das Spiel total verbuggt war. Der Wehrwolf ist einfach nicht weitergelaufen, der stand da einfach ganz friedlich rum. Die Soldaten sind alle auf einer Stelle gelaufen. Und die nächste Station ist dann nicht freigeschaltet worden. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht nochmal. Äh, Leute, kommt hier langsam mal. Ach, kommt schon. Man muss doch zu... Zu einer Aktion nicht im Gänsemarsch. Was ist eigentlich die... Was sind die Fyrus? Ach, da ist er ja wieder. Okay. Eben nur den Koano gesehen. Kommt, schritt schneller, schritt schneller. Lese ich halt ein bisschen. Nein, ich weiß, das hält das auch nur auf. Hier legen wir den ersten Hinterhalt. Auf eure Position, Männer! Tja, die arme Ziege. Ich werde die Ziege hier festmachen. Ja, der Zweck heiligt die Mittel, nicht wahr? Wie menschlich. Am besten, ihr geht schon mal zu den anderen Entdeckungen. Wird gemacht. Sind Entdeckungen. Wehrwolf kann kommen. Gut. Jetzt heißt es warten. Und auf ihn mitgebracht. Ich bin doch nicht verrückt und kämpfe gegen dieses Monster. Um Travias Willen, lasst mich vorbei. Ich will dauernd mit der rechten Maustaste angreifen, weil ich mal wieder ein bisschen Dragon Age... Dragon Age Origins... Oh, bleh. Ich kriege das Wort gerade und ich aus meinem Mund Dragon Age Origins spiele. Was? Und da muss man immer alles mit der rechten Maustaste machen. Schon wieder. Komm schon! Du kannst doch jetzt nicht einfach... Ohoho! Ach, du bohrernd mit dir. Angriff! Ei! Ah! 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 Bärwolf... Ähm... ...schließt wieder auf. Ja, gut. Okay. Ah! 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 Hättet ihr mal auf uns warten können. Mit unseren schwer verwundeten Mitgliedern. Puh! Puh! Ja. Ja. Der ist... Der geht immer auf die Fires. Kann ich voll vergessen, wenn ihr das nachher auch macht. Weil dann, ähm, verliere ich die sofort. Das könnte sehr schwierig werden dann. Ja, schon ist sie tot. Das gefällt mir echt nicht. Ähm... Das wird dann nachher nicht gut ausgehen. Fürchte ich. Wie gesagt, ich probiere es einmal jetzt noch, dann... Wenn das nicht klappt, dann... Gehen wir weiter. Dann gehen wir vielleicht in die Elfenruine. Ja. Ihr könnt ruhig angreifen, Leute. Irgendwie geht das nicht. Boah, das ist auch... Boah, das ist auch... Ich hab hier keinen Angriffspfeil. Wenn ihr das seht, das ist der normale Pfeil. Ich kann nicht angreifen. Ich weiß auch nicht, was da los ist heute. Er bricht durch die Barrikaden! Er ist ein Bug, den ich dann, ähm... Den ihr nicht gesehen habt, wo ich nochmal neu aufgenommen habe. Und jetzt das. Och. Ist ja ätzend. Ja? Jetzt wäre ich nicht schon... Sowieso so ein bisschen genervt, weil... Was heißt genervt? Oder zumindest gelangweilt. Weil mir das Spiel momentan nicht mehr so gut gefällt. Wie der erste Teil und so. Hier ist letztes Mal schon genug drüber geredet. Und ich sowieso an so einem Punkt bin, wo ich überlege, soll ich das wirklich weitermachen? Und wenn es dann an so einer Stelle hängt und es verbuggt und meine Gruppe ist da noch nicht stark genug. Feieres wird dauernd umgehauen. Das trägt nicht dazu bei, dass ich Lust habe weiterzumachen. Achso, meine Munition war leer. Okay, das war dann... Ich nehme das zumindest zurück, weil dann war das gerade mein Fehler. Was? Dann war das kein Bug. Ich korrigiere. Aber trotzdem, das mit der Feieres ist doof. Okay, jetzt wird's ernst. Mh... Und dann... Armatrutz. Die Tatze. Hoffentlich kriegt sie das noch hin. Bei allen Göttern. Er hat uns eine Falle gestillt. Geht in Deckung. Das Biest wird gleich springen. Ja, ja. Ist wieder sofort an der Feieres dran. Das ist richtig schlecht. Ja, das ist richtig. Ja... 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 Die Wölfe greifen an! Zumindest wäre ich jetzt noch nicht ganz so schnell gestorben wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal hatte ich glaube ich alle schon verloren zu dem Zeitpunkt, oder die Hälfte von denen. Ich weiß es nicht mehr genau. Toll. Okay, jetzt ist er weggelaufen. Das heißt wir müssen uns erstmal um die kleineren Wölfe kümmern. Das heißt kleiner... schwarzer Werwolf, schwarzer Wolf. Ich glaube ich kümmere mich erstmal um die schwarzen Werwölfe. Die werden wahrscheinlich stärker sein. Was? Hoho! Gerne. Oh, ich habe jetzt gerade nicht auf Koano aufgepasst. Schaffst du es noch einen Heiltrank zu trinken? Na? Vermutlich nicht. Ja, doch gerade so. Sehr schön. Tja, der muss ganz schön einstecken da vorne, der Arme. Der Sternstaub ist nicht mehr aktiv. Was? Bei anderer Schmerz! Ja! Ah, sehr gut. Da ist der nächste Wolf gefallen. Gehen wir alle mal auf den hier. Angriff! Oh! Ah! 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 Okay, das beruhigt mich doch ein bisschen, dass es hier jetzt nicht ganz so schlecht läuft, wie ich es erst befürchtet habe. Ja. Ja. Tja, aber das ist ja auch schon wieder umgefallen. Dann haben wir noch den einen Wolf. Wir haben uns ganz schön zugesetzt. Mich hat es auch ziemlich erwischt. Du musst es alleine beenden. Das Vieh war bereits schwer verwundet, als es floh. Folgt ihm in den Tempel und erledigt es. Ich komme nach, sobald ich kann. Ich habe einen Halt zauber, ich kann dich sofort wieder topfit machen, dann kommst du mit. Keine Sorge, verlasst euch auf mich. So, sieht alles gut aus. Ähm... Schnell in den Tempel! Eine bessere Chance, das Vieh zu erlegen, werden wir nicht bekommen! Was? Ja, Sekunde, trotzdem erstmal unsere hilfreiche Tatze wieder beschwören. Hilfreiche Tatze! Aber trotz, da reicht deine Astral-Energie noch nicht. Okay. In den Krayos-Tempel. Und da schleppt sich das Tier dahin. Der ganze Boden ist voller Blut! Wehrwolf oder nicht, er kann doch unmöglich noch am Leben sein! Seien wir lieber auf der Hut! Vergesst nicht, wie verschlagen diese Kreatur ist! Verwandelt sich bestimmt gleich in Menschen. Was tun wir hier dafür doch? Oh. Wie ich sehe, habt ihr den Wehrwolf erlegt? Ja, ich musste eigentlich gar nichts mehr machen. Es war der Pryos-Geweihte. Hm, den Gedanken, einen Diener Pryos getötet zu haben, behakt mir überhaupt nicht. Darüber solltet ihr euch keine Sorgen machen. Ihr habt getan, was notwendig war, um die Stadt zu retten. Das allein zählt. Nun, das war eine lange Nacht. Kehren wir zur Kaserne zurück. Morgen wartet noch viel Arbeit auf mich und meine restlichen Männer. Und ihr hättet ja allen Grund, ein wenig zu feiern. Ah, schön, dich zu sehen. Ohne dich hätte wohl keiner von uns diesen Tag noch erlebt. Nun, ich hoffe, du hast dich gut erholt. Danke, die paar Stunden Schlaf haben mir gut getan. Ihr seht allerdings recht erschöpft aus. Ja, wir haben die letzten Stunden die Schäden in der Stadt beseitigt. Leichen vieler guter Männer geborgen. Ja, der Sieg über den Wehrwolf muss für euch einen bitteren Beigeschmack haben. Wenigstens sind die Leute nicht umsonst gestorben. Ich habe diesen Andergaster für dich gravieren lassen. Er wird dich immer an diese Jagd und unsere Freundschaft erinnern. Rondras Segen soll dich geleiten. Das ist sehr nett. Danke, ich werde ihn in Ehren halten. Alles Gute, Hauptmann. Das ist bestimmt... Ja, ja, das sieht sehr nach... Zweihänder aus, den ich sowieso nicht benutzen kann. Leider. Ich finde, man kriegt oft solche Questgegenstände. Bestgegenstände, also als Belohnung. Nicht nur hier übertragen, sondern generell. Die dann doch der Charakter nicht benutzen kann. Wir haben so ein bisschen... Seinen Charakter nicht auf Superkämpfer... Ausrichtet. Hier. In den kahlen Gebirgspässen und Hochebenen von Andergast waren es die einzelnen Grenzwächter zum Orkland, die zuerst diese ebenso erschütternden wie tödlichen Waffen gegen die Schwarzpilze ersungen haben. Zweihandwaffe. Dann freuen wir uns jetzt einfach, dass wir eine Zweihandwaffe haben. Yay. Ja, und die Sohn Franz ist immer noch bei uns, die jetzt gar nichts mehr zu tun hatte. Muss ich noch irgendwas? Will ich noch irgendwas hier in Nadoret? Noch was verkaufen? Kaufen? Lehren? Ne, ich glaube nicht. Dann gehen wir jetzt wieder zu den Elfen zurück, weil ich habe jetzt erst ein bisschen mit der Hauptquest und so weiter zu machen. Und dann schauen wir beim nächsten Mal in die Elfenruinen rein. Und so, dann nehme ich mal die Käste hier. Lege da dann unser schönes Schwert rein. Um es in Ehren zu halten, wenn ich es schon nicht benutzen kann. So. Und dann sehen wir, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.